So, Folge 40 gegen was. Und äh, wir haben eine Mission freigeschaltet durch unser Level auch. Und hier haben wir es mal gemacht. Ähm, wir müssen hier gleich noch Belohnungen machen oder so. Abenteuerstufen und so. Okay. Okay. Ja gut. Schauen wir mal. Okay. 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 So, what would you do? Okay. Es hat aber nichts, es hat keinen Effekt auf das Dämpfer und auch gezählt. Oh ja, das erinnert mich, eine Jahrzehnte, Rex Lapis erinnert uns, Oh, Paimon weiß das Mannsstatus für Freiheit, als Liyue ist für Kontrakte. Liyue, die Liyue Kissing, die sie leiters der sie entdeckten Unternehmen von Liyue, halten wirklich Kontrolle über Liyue. Das ist das, was foreigners immer sagen. Aber wirklich Kontrolle über Liyue wird immer geholfen. Die Liyue ist verletzend von Mordern. Rex Lapis ist ein Gott. Der Gott von Mondstadt ist kein Ort zu sehen. Bleib in Liyue lange und du wirst. Begültetlich, dass du deine Stadt nicht geholfen hast, du kennengeler hast, was es in einer Stadt, die Gott hat... Oh, sind Sie auch hier für das Recht der Dissensierung? To think I've lived in Li-Yu all these years and never come to see this before. I guess it's like they say, local? I wish you well on your travels. Li-Yu always... Okay, von dem haben wir jetzt nicht so viele Infos gekriegt. Okay. You too wish to bear witness to the right of dissension? Me too. We all do. As a businessman myself, how could I not take it? The 17 predictions given last year made more than... What's more, there's been a rumor going around that the Tian Chuan herself... She wants the rocks created by Geo Vision holders to be exempt from taxation. Wow, that's some super professional legal... To be on the pulse of the predictions and the market is among the seven. Rex Lapis is the oldest date. His keen sense of strategy is well-trust... Understanding the predictions as soon as possible can make all the difference... Fortune? So where can we see this right of... Hmm... You're not at all close. So better to head to Eugene Terrace, to the high. It's the highest place in the harbor. Sounds like the best pla- Okay... What a roof. Okay... Okay... I'll take a look... Okay... What a roof... Das war's für heute. 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 zu den Nights des Favonius. Hier, ich gebe dir das. Das ist ein... Ich bin nicht sicher, genau. Manchmal kann all Geld kaufen als Dinge, und nicht all ich weiß, dass es ein SIGIL. Ein SIGIL, um den Kräuter und Illuminativen Adepti zu halten. Adepti? Wenn du nachher von der Harbohr, dann nachher von Gweili Plains, dann du wirst du eine Stonfläche, wie Jweyun Karst. Die Leute von Liyue glauben es zu sein, dass die Adepti des Adepti. Legend oder nicht, sie glauben es. Wie so, die Offenung des Adepti sind an ihren Bordern. Aber ich habe keine Chance für glauben. Nicht wenn ich für ein Fakt, dass die Adepti wirklich... Ich liebe es zu sagen, aber deine Fettui-Intel sieht gut aus. Oh, mein kleiner Freund. Es gibt viel Geld, Gesundheit, Liebe. Aber du... Justice? Justice? Die Chixin will already have dispatched the millilith. They'll be seeking, but how could a mere mortal kill a god that can sweep aside entire armies? Rex Lapis never gave up his power as a god. This level of crude response is beyond what is called for. How suspicious. Your thinking is even more radical than my own, Anu. Auch jetzt, die Nordland Bank nicht mehr kann die Mililith auf lange, aber die Adepti kann dich nicht erklären. Leua wurde von Geo-Archon und Adepti. Natürlich, es wurde von Forzen gebaut. Schau sie, und schau sie schneller als die Chisings-Messenger, damit du deinen Version anstattest kannst. Wenn jemand in Leua gibt, kann es nur die Leutig und Illumina'den sein. Ja, ich bin ganz nett. Ja, ich bin ganz nett, ich bin ganz nett. Ja, ich bin ganz nett. Aber das sieht nach einem neuen Gebiet aus. Aber das sieht nach einem neuen Gebiet aus. ARD Text im Auftrag von Funk Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. Okay. In the same way, here. Okay. 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 Alright. Okay. 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 Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt sind wir langsam schon in unbekanntem Gebiet. Weiter im Takt geht's in... Das war's für heute.